Der Eklat beim Pilz-Comeback im Nationalrat, der beschäftigt uns vor allen Dingen auch weiter, nämlich am Dienstag dann. Du bringst das auf die Titelseite, bei mir ist nämlich jetzt die Chefredakteurin der Tageszeitung Österreich, wir sehen das schon hier im Hintergrund. Dani, was sagst du denn eigentlich dazu? Wie siehst du das denn? Ich meine, man hat kollektiv, eigentlich im Kollektiv den Plenarsaal verlassen, alle Frauen, nahezu alle Frauen. Wie siehst du es? Also es war auf jeden Fall ein starkes Zeichen gegen Sexismus in der Politik und dass das sozusagen jetzt nicht einfach so hingenommen wird. Natürlich, die Ermittlungen gegen Peter Pilz wurden eingestellt, allerdings weil sich die Betroffene nicht outen wollte. Also es ist immer da noch ein Makel vorhanden und ich glaube, man wollte ein starkes Zeichen setzen, dass so etwas in Zukunft sicher nicht mehr stillschweigend hingenommen wird, obwohl es schweigend war. Aber ich glaube, dann doch sehr, also wie gesagt, sehr laut. Nicht alle haben den Plenarsaal verlassen. Wer ist denn geblieben und vor allen Dingen, warum eigentlich? Musste wer bleiben? Ja, natürlich, die Präsidentin Doris Burres musste natürlich bleiben, um der Ordnung halber, sozusagen wie sie es nachher erklärt hat, um zu sehen, dass eh alles auch seinen Ablauf hat. Aber sie hat auch angedeutet oder subtil zu verstehen gegeben, dass sie durchaus mit der Aktion einverstanden ist. Also das war schon sehr stark. Und die Frau Doppelbauer von den NEOS ist sitzen geblieben. Man hat ein bisschen den Eindruck gehabt, es hat sie überrascht und sie hat nicht genau gewusst, ob sie jetzt aufstehen soll oder nicht. Und sie hat im Nachhinein gesagt, dass sie jetzt nicht bei allem mitmachen muss. Also es war schon ein bisschen bottschert, sage ich jetzt einmal. Und aus der Liste Pilz, die Frau Bissmann zum Beispiel, die blieb auch brav sitzen. Ja, ich glaube, das war klar. Das geht natürlich nicht. Vor allem morgen wird ja eben über den Ausschluss auch abgestimmt von der Frau Bissmann. Das haben wir auch morgen in der Zeitung, dass sie sagt, sie braucht ja nur eine Gegenstimme, also eine Stimme für sie, nicht eine Gegenstimme. Und sie hat offensichtlich Daniela Holzinger überzeugen können, obwohl die das noch nicht offiziell bestätigt. Also sie dürfte das wohl überleben. Aber sie will ja auch eine Streitschlichtung, sagt sie auch oft, Records. Das gibt es in der Liste Pilz, die Möglichkeit bei Differenzen, dass die sich dann noch irgendwie einigen. Sie kämpft auf jeden Fall, bleiben zu dürfen. Und da wäre natürlich das ja extrem blöd gewesen, wenn sie da aufsteht und geht, muss man sagen. Eine letzte Frage haben wir aber noch natürlich. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter mit Peter Pilz? Er hat zu dieser ganzen Protestaktion keine Stellung bezogen, wirklich in seiner Rede. Und diese ganze Causa um die sexuelle Belästigung, die ist ja irgendwie so im Schwebezustand, auch wenn sie rein strafrechtlich abgeschlossen ist. Ja, da hat er natürlich jetzt keine Möglichkeit mehr, sich komplett reinzuwaschen. Allerdings hat er sehr wohl dann noch eine Spitze abgegeben und hat gesagt, also das war, also er hätte es aus Respekt vor dem Nationalrat nicht gemacht. Also er hat sozusagen indirekt gesagt, es war respektlos, dass die Frauen den Saal verlassen hat. Also da gab es schon noch ein bisschen eine Spitze. Und er hat auch in Richtung FPÖ-Frauen etwas Zynisches gesagt oder zumindest Ironisches. Er hat gemeint, naja, endlich ist der Feminismus in der FPÖ angekommen. Und er hofft, dass es dann bei Mindestsicherung neu, bei Armut von Alleinerzieherinnen, dann vielleicht auch ein Zeichen für die Frauen gesetzt wird und dass da vielleicht nochmal Verhandlungsspielraum ist. Also er nutzt es dann schon geschickt wieder, um in Zukunft jetzt sozusagen in die Opposition zu gehen, seine Rolle einzunehmen. Und allgemein gesagt wird er natürlich jetzt ganz klar als Aufdecker der Nation sich wieder positionieren wollen. BVT-Skandal, Eurofighter, da gibt es jetzt wieder genug zu tun für ihn. Und das hat er auch schon angekündigt, da will er jetzt natürlich mit voller Kraft wieder hinein. Und wenn er das schafft, dann kann er vielleicht die 200.000, die ihn gewählt haben, wieder auch sozusagen friedlich stimmen, dass er doch der Richtige ist, ja. Vielen lieben Dank, Dani. Wir sind auf jeden Fall auch gespannt auf die Titelgeschichte, die uns dann am Dienstag eben erwartet. Und politisch geht es auch weiter, nämlich mit dem Besuch in Israel von Bundeskanzler Sebastian Kurz.